Semperia Weekend, okay. Entschuldigung. Ich muss ja nur da vorne nehmen. Hauptschluss. Nein, ich will jetzt kein Hauptschluss machen. Ich will Hauptschluss machen. Hauptschluss! Ich weiß. Deswegen müssen wir auf der Treppe jetzt hier hochgehen und erstmal weg, home quasi. Und dann mal gucken, ob der hier hacken kann. Hacken! Der Pfand. Ich krieg noch so einen bösen Quiz. Na dann los. Ich krieg noch so einen Bösen. 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 Dammit. Ich krieg noch so einen Bösen. Okay, komm hier. Take a look at this. Ich krieg noch so einen Bösen. 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 Ich kriege noch so einen Bösen. Oh, shit. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Like hell, Alter. Fällt meine Schnitte nicht an. Mein sexy Schnittchen. Oh, schieß doch, Aiden. Runter mit dir, Aiden. Wo ist er da oben auf dem Dach? Shit. Ich krieg dich, Bitch. Okay. Shit. Ich will mit der Kamera aus irgendwas machen. Ich will hier drüben was sprengen. Oh, shit. Mach dein Hohn hoch. Das ist gut. Oh, shit. Oh, shit. Wer schießt? Bitch, 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 bitch. Bitch. Oh, fuck. Fuck. Nein. Oh, shit. Ich will bestimmt die Kameras helfen. Okay, okay. Krieg mal hin, krieg mal hin, krieg mal hin. No problem, no problem, no problem. Und, ähm. Siehst du nicht, wenn ich siehst. Aiden, die Motivation. Oh, shit, okay. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Ich sehe es. Ist das heftig? Nein, doch, siehst du doch. Shit. Wir haben eine andere Waffe. Das ist meine AK. Oh, shit. Oh, shit. Die dreckigen Scharfschützen. Oh, shit. Ist da. Okay, einen haben wir noch. Wir müssen genau auf die andere Seite. Wo sind sie? Keiner weiß. Verdammt. Shit. Oh, shit. Wer schießt auf uns? Wer schießt auf er? Warum schießt sie denn nicht? Warum macht sie denn nicht? Sie chillt da rum mit ihrer Knarre. Also ich krieg einen zu viel, man. Schrecklich. Oder? Also tut mir leid. Sie hat gar nichts gemacht. Gar nicht. Gar nicht. Also wie Clara. ...hier will vielleicht. Aber wieder was passiert. Sollte bis wir uns... Mädel, du musst schon runtergehen. Oh, der trifft aber auch nicht. Also ich hab nischt gemacht, das war ich definitiv nischt. Oh shit, nein, oh ey, Alter, wenn du jetzt stirbst, krass. Wo ist die denn, der Ohrlaken? Oh, ich schieß doch auf dich, bitch. Alles andere ist schön. Die haben meine Hütte hochgejagt. WTF? Ja, bitte. Wir wollen das erste Mal verbrechen, ne? Nee, es gut, wir fahren zu ihr. Ich hab mal kurz, ich hab mal kurz Dings hier gesetzt. Das ist dein Problem, du kannst es herausfinden. Aber mach es schnell, ich brauche dich in die Spiel. Hey, sweetheart, dein Bruder möchte sprechen. Aiden? Jackson? Ist mein Baby okay? Er ist sicher. Wo bist du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist schäuert. Ich hatte mich mit dem ganzen Weg. Ich bin Angst, Aiden. Ich bin Angst, Aiden. Ich weiß, du bist. Und ich werde dich raus. Ich weiß, Damien. Er ist nicht verrückt. Er wird dich nicht schützt. Er wird dich nicht schützt. Er ist einfach... Wichtiges. Was bedeutet, du ihn kennst? Er hat mich gebrochen. Er versucht, mich durch dich zu kommen. Was? Oh, du Arscher. Das ist mein Spruch. Mit allem Fuß im Grab. Sind sie auch im Friedhof? Nee. Deswegen. Ich weiß nicht. Sie müssen auf der CTOS-Search beobachten. Das ist das Grund, ich wollte dich sehen. Die DedSec sagt, dass jemand anderes hat das System hackt. Ich habe es, und ich habe es dir. Hold on, ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Wir müssen uns auf einander glauben. Ich habe keine Zeit für dich, Clara. Wenn du mir nicht glaubst, gibt es nichts, ich kann es tun. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Du bist nicht meine Priorität. Nein, ich weiß das. Natürlich. Natürlich. Du kennst diesen Ort? Somewhere near hier. Es ist supposed to be the first test site für CTOS. Es ist als Bunker. Ja. Ja. Das ist wie die Urbane legend läuft. Das Bunker? Das mit der ganzen Stadt zu den ganzen Stadt? Ungeteckt. Ich habe es viele Monate auf dem Forschung. Die Stadtplanung, Zonung, Dokumenten. Dinge sie nicht wollen wir uns sehen. Es gibt einen kleinen Ort auf der ganzen Welt. Genau da. Ja. Die ist voll hot, man. Okay. Wie machen wir das so? Unseren Brückenzugang. Ja. Das ist die Kamera. Und die Kamera sagt mir... Geht nicht. Wieso ist das abgelaufen? Beruf eine Tattoo-Künstlerin. Ah, guck mal. So viel verdient tut es aber nicht. Schnecke. Ja, so was mache ich jetzt? Wie kommen wir denn auf diese dämische Brücke rauf? Okay. Was hätten wir noch? Wenn wir das verbunden mit... Und mit einer gelegenen Kamera hacken. System Loading? Oh... Der pusht auf den Button und dann öffnet sich der Spaß. Well, somebody's been on that island recently. His name's Tobias Frewer. Tobias was one of the CTO's pioneers until Bloom fired him. The man is vraiment crazy. Or on drugs. Maybe both. He lives right near here. There's a homeless camp. He's homeless? He's got an underground shop hidden in there. DedSec goes there for some of the more rare hardware. He can't forget him. He's paranoid and won't talk. I can be persuasive. I'll let you do the talking. You really want this place to be real, don't you? It is real. So you're buying into the legend? Papa used to take me camping in Montremblanc. He'd always say we were looking for treasure. I didn't understand then that he was...